Einen schönen guten Morgen an euch allen. Ich habe versucht jetzt die Krähenfamilie zu finden, aber es scheint nur eine Krähe zu Hause zu sein, aber die sieht man leider sehr schlecht. Kann auch gar keine Krähe sein, ich weiß es nicht genau. Na ja, die Aufsichten. Heute wird es sogar 24 Grad warm, wird teils bewölkt dabei. Irgendwo da hinten sitzt das Gurtkältchen da in dem Baum. Weißt du, dass da hinten auf den Strommast der Kräher sitzt und die fliegt jetzt? Oh, dass sie so fliegen kann ich jetzt nicht gedacht. Auf Wiedersehen. Na ja. Auf jeden Fall heute wieder ein sonniger Tag. Was morgen auf meinem Geburtstag wird mit dem Wetter. Mein 25. Geburtstag wird morgen mit dem Wetter. Was daraus wird, weiß ich nicht. Bis jetzt noch nicht. Da steht nämlich sehr viel im Internet drin. Es schreiben sie rein, dass es bewölkt sein könnte. Und dann schreiben sie rein, dass es Sonde gibt. Aber das werde ich morgen selber erfahren und sehen. Das werde ich halt morgen sehen. Wie das Wetter wird. Von der Krähenfamilie ist nichts zu sehen. Das nächste ist jetzt auch ein sogenanntes Lost Place geworden. Und gerade eine Amsel gehört. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Samstag und schöne Feiertage für morgen. Und wünsche mir für Glück für meinen 25. Geburtstag für morgen. Bis dann, Freunde.